Yo Leute, was geht ab und jetzt kommt zu diesem Video. Auf jeden Fall, wir haben heute ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Wir beide, beziehungsweise ey komm, wir drei, das ist Lothar, der neue Hund von Sina. Auf jeden Fall, wir drei werden heute zusammen kochen. Wir haben schon ein richtig, richtig, richtig geiles Rezept für euch rausgesucht. Das zeigen wir euch gleich. Krank. So Sina, hast du auch Hunger? Sei ehrlich. Ich hab so, ich hab so einen Hunger. Ich hab so einen Hunger. Meine auch, ich hab so einen Hunger. So und das ist Lothar. Was ist los, Mann? Ey, sie ist so süß, Sina. Du bist so süß. Ey, sie will die ganze Zeit die Kamera. Was ist los, hier komm, komm, komm. Die kriegst du nicht, Mann. Was ist die, obo. So Leute, auf jeden Fall, wir machen Nudeln mit Galeen. Äh, Galeen. Wir machen Nudeln mit Garnelen, ne? Garnelen. So, hier ist das Rezept. Ihr könnt einen Screenshot davon machen, wenn ihr das auch machen wollt. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu kochen. So, auf jeden Fall, ich zeig euch jetzt erstmal, was wir alles gekauft haben. Wir brauchen Paprika. Dann eine Frischkäse. Und dann haben wir natürlich die Garnelen. Ihr wisst Bescheid. Und zweimal Schlagsanne. Und die geilsten Nudeln der Welt, wie wir es schon immer sagen. Die hier. Ich glaube, das ist immer die teure Macke. Und die brauchen Knoblauch. Da brauchen wir noch eine Zwiebel. Messer. So, auf jeden Fall, das hat alles die süße Sina eingekauft. Diesmal ist irgendwie alles auf ihren Nacken, keine Ahnung. Die so, ja, alle lassen wir kochen zusammen. Und dann dachte ich, da hat sie einfach alles eingekauft. Und lasst mich auf die Kommentare, ich mache mal das Video. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu kochen. Bis zum nächsten Mal. So, Sina. Zum Schluss, bis in Tabasco. Aber übertreib nicht, weil ich mache nicht so viel Schaf, ja? Eine kleine Prise, geht fit oder nicht? So, ich schmeckt da sie rein. Oh, endlich sind wir fertig, Mann. So, Leute, auf jeden Fall, es müssen einfach nur noch die Nudeln rein. So, Leute, auf jeden Fall, ich habe noch nie mal gesehen, dass man irgendwie Frischkäse irgendwo reinpacken muss. Die essen gleich Nudeln mit Schrimps. Und da sind ja das einfach Frischkäse und so drin. Ich bin gespannt, ich schwöre auf alles. Bist du auch gespannt? Was denkst du, was denkst du, wird es schmecken? Natürlich. Ihr habt ein bisschen Zweifel dran. Aber wir gucken, wir gucken. Auf jeden Fall, wir besuchen mal Lothar. Oh, die kleine Süße schlägt gerade. Guck mal, wie süß hier ist, Leute. Man muss ein bisschen leise sein. Ich hoffe, das ist einfach wie ein Baby. Ich wusste gar nicht, dass Hundebabys wirklich so wie wirklich echte Babys sind. So wie richtig männliche Babys. Männliche Babys. Menschliche Babys. Ey, wirklich, die schlafen eine Stunde, spielen eine Stunde, schlafen eine Stunde, spielen eine Stunde. Die beißen jeden, die lecken jeden, Alter. Genau wie ein kleines Baby. Das ist einfach nur süß, Mann. Also ich will später, ohne Spaß, wenn ich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus habe oder ein Penthouse, man weiß ja nicht, ne? Will ich 100% ein kleines Baby haben, den ich dann, äh, äh, den ich dann, äh, erziehen kann. Ich kann einfach kein Deutsch. Ich würde sagen, wir machen jetzt das Essen finish. Und dann sehen wir, ob es schmeckt oder nicht. So, Leute, bevor ich probiere, erst mal einen Schluck. So. Ich habe euch, ich bin ein bisschen aufgeregt. Eine Paprika nehmen, eine Lachse nehmen und eine Nudeln. Jalla. Oh mein Gott, Mann. So. Von Skala 1 bis 10. 10 ist das Beste. Ich glaube, das andere habe ich 9 oder 8 gegeben. Ich glaube, das gebe ich, weil, ey, es gibt schon krassere 9, so von, ähm, von Restaurant oder zum Beispiel irgendwie sowas. Ich gebe 9, 9,5 von 10. 9,5 von 10. So, Sina, du bist dran, gib mir die Kamera. So, Sina, ich habe 9,5 von 10 und du? Los. Nimm mal, ja, einen Lachs und so dazu, genau. Das ist kein Lachshaber. Hast du ja, ich bin übertreibend mit Lachs zu sagen, wie ich liefst. Eine Schrimpi. Okay, los. Oha, ne? Neun. Neun? Aber besser ist das mit Lachs? Kommt drauf an. Kommt drauf an, also ich mag das mehr als Lachs irgendwie. Okay, ich würde sagen, guten Appetit. Okay, Leute. Ich bin voll. Wir haben das jetzt alles gekocht. Sie hat es vielleicht 3 Löffel genommen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur einen halben Teller aufgehessen. Keine Ahnung. Wir kochen immer wirklich richtig gut irgendwie. Ich weiß nicht, warum wir beide sind Kochkünstler oder nicht. Ey, wir kochen immer wirklich so gut. Und wir essen immer so wenig, Mann. Aber egal, es ist dann wirklich krass geschmeckt. Die chillen hier gerade unser Leben. Wir gucken gerade unsere Serie. Ich gucke gerade Orange, Just a New Black, ne? Orange is the new black. Orange is the new black. Genau. Und ich sage euch ehrlich, ich suchte die Serie jetzt schon sehr lange. Ich bin jetzt Staffel 2, Folge 11. Und das Krasse an der Serie ist, Sina, die Serie hat einfach 6 Staffeln. Ich habe die gefühlt schon 10 Mal geguckt. Ja, die ist so krass. Ich habe die jetzt angefangen vor 2, 3 Wochen. Ich gucke die gerade. Und das liebe ich an der Serie 6 Staffeln. Man kann die einfach durchsuchen. Verstehst du? Weil ich vermisse immer eine Serie, nachdem sie fertig ist. Das ist wie bei Prison Break. Ey, ich habe sie vermisst. Ich schwöre auf alles, ich habe sie vermisst. Oder wie heißt sie? Wie heißt sie nochmal? Haus des Geldes. Vermisse ich auch. Ich glaube, Staffel. Aber da kommt der. Ja, Staffel 3 kommt raus. Die, welche sich aussuchten. Auf jeden Fall, ja, Mann. Wir gucken jetzt weiter Serie. Bis zum Video. Tschüss. So Leute, bevor ich das Video beende, muss ich ganz, ganz kurz was ansagen. Alle Produkte, die ich jetzt hier gerade in diesem Video gezeigt habe. Oder das Rezept, bla, bla, bla. Das ist alles 0% Werbung. Das heißt, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich werde euch das natürlich am Anfang des Videos sagen. Wenn ich dafür bezahlt werde oder ob ich das kostenlos bekommen habe. Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, das war es von dem Video. Folgt mir alle auf meinen sozialen Netzwerken. Alles in der Beschreibung verlinkt. Aboniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer eine Belastung bekommt. Willst du irgendwas sagen, Schatz? Serie. Ich komme. Und Peace. Zusammen, 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 zusammen.